Mein Name ist Ulf Ehlers von der Universität Duisburg-Essen. Ich interessiere mich für das Thema E-Learning, besonders aus dem Blickwinkel der Frage der Qualität. Was ist Qualität im E-Learning? Ich glaube, dass E-Learning eine Form des Lernens ist, ein Phänomen ist, ein Konzept ist, was viel in Frage stellt, was an Hochschulen im Bereich Lehren und Lernen abläuft und daher auch viel in Frage stellt, was wir für Qualität halten und wie wir zur Qualität von E-Learning kommen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Prozess, insbesondere dann, wenn wir den mit Fragen des Changes, des Wandelns, des Change-Managements verknüpfen und mit Fragen der Innovation. Wie können wir mit neuen Medien neue Lehre machen? Das finde ich eine spannende Frage, der ich gerne weiter nachgehe. Nachgehen.